So zeige ich euch noch was von meiner CD-Sammlung Ähnlich wie in mein drittes Video Aber diesmal in Querformat und diesmal auch komplett in Deutsch Insgesamt habe ich Zeitgüße auch nicht alles Insgesamt habe ich bis jetzt 85 CDs Ja, da soll ich es sprechen Manche CDs die man jetzt nicht so erwart Tja jetzt, was will das jetzt? The Very Best of Virtual Texicano 38 drags auf 2 CDs Und das nochmal habe ich für 5 Euro gekriegt Übrigens Raincar sagt die Schotze Fragt ob ich jetzt das Album von Cool Sabas kauf Das ist mein Cousin Das ist am alten Hat auch Video, Kartentricks Und ähm Irgendwo ein Hunden süßen Schnaufen Habe ich jetzt leider vergessen Ähm Ich will jetzt auch nicht nachschauen Ich sag mal Für mich kommen wir jetzt nicht drauf Liegen wir auf der Zunge Egal Das wird kein langes Video Und die sollte vielleicht mal irgendwo einräumen Mh Und Und Naja Schon einige Tollscheiben Aber wie zum Beispiel auch das erwartet man nicht von einem 17er Jahren heute Die Beastie Boys Die von aus den 80ern Und das erwartet man, das kennen wohl wenige Ever Everlasting von Everlast Everlasting von Everlast Hm Kann ich noch besonders zeigen Menge aber ich will auch nicht alles zeigen Habe ich eine Compilations von Und Contour Big City Beats Ministry of Sound Schon einiges Und so gehe ich besser nicht um Sound UKF Die brauchen nicht viel Platz Und wo es jetzt UKF CDs Die wird schon wieder auftauchen Da ist die auch schon Und Indy Habe ich noch vor zu kaufen Hm Mal schauen Vielleicht die Jemand von Ibiza Naja Obwohl das Song ja schon fast vorbei ist Aber Schon vorbei ist aber egal Kann man immer noch kaufen So ich mache für den Schluss Servus